Guten Morgen. Ja, willkommen zu den Morning News. Wenn der Widerrufsbutton kommt, was ist das? Der Widerrufsbutton ist eine Erfindung der EU. Hintergrund ist der, man ist der Meinung, dass ein Vertrag genau so einfach widerrufen werden kann, wie man ihn ausschließt. Dann bedeutet das im Umkehrschluss, wir haben auf der einen Seite den Kaufen-Button und auf der anderen Seite, also zur Vertragskündigung, den Widerrufsbutton. Und hier hat jetzt der Europäische Rat seine Position festgelegt und ist der Meinung, hey, das Ding brauchen wir unbedingt für mehr Verbraucherschutz und habt das allerdings nicht so ganz gut durch da, wie einige finden. Der BEVH hat hier zur Stellungnahme abgegeben. Die findet ihr in dem Artikel, den ich hier unten verlinkt habe, verlinkt. Worum geht es hier? Die Herausforderung im Prinzip ist die, dass im Grunde genommen der Widerruf einfach im europäischen Raum perfekt funktioniert. Das ist seit über zehn Jahren eine gelebte Praxis, wie ein Verbraucher widerrufen kann. Er kann das Formus machen, indem er uns einfach eine E-Mail schickt. Er kann es mündlich machen, er kann die Ware zurückschicken, eine Nachricht reinlegen. Oder aber er kann das in der Widerrufsbelehrung verpflichtend integrierte Rückgabeformular nutzen. Also wirklich so einen Widerruf auszuüben ist in meinen Augen wirklich einfach. Jetzt haben wir die Forderung, die recht bald, denke ich, kommen wird nach einem Widerrufsbutton. Da müssen wir uns mal überlegen, was wir da für Herausforderungen haben. Wir haben die erste Herausforderung, dass er sehr undurchtab ist, der Prozess. Denn er setzt voraus, dass ich nur den gesamten Vertrag widerrufen kann. Da habe ich also drei Artikel, die ich verkaufe. Meine Verbraucherin hat Schuhe in 38, 39, 40 gekauft. Tatsächlich passen ihr die 39. Sie möchte also 40 und 38 zurückschicken. Dann geht das nicht mehr. Sie kann nur den gesamten Vertrag widerrufen. Das ist aus vielen Gründen halt unglücklich. Also die danach oder darauf folgenden Prozesse sind natürlich nicht mehr in der Form schön abbildbar. Die Verbraucher sind irritiert. Das Denk ist nicht durch da. Die eine Seite. Die andere Seite ist die, vor welchen Herausforderungen stehen zum Beispiel in den ganzen Classified-Plattformen, die zwar jetzt einen Direktkaufen-Button haben, aber mit Sicherheit noch keine Funktionalität für den Widerruf-Button. Das ist einfach nicht vorhanden und auch sehr, sehr schwer überhaupt zu integrieren, weil wir schlicht und ergreifend noch nicht mal ansatzweise die Prozesse haben. Das Gleiche gilt für Amazon und auch von Ebay. Amazon, Ebay und diese ähnlichen Plattformen würden es zwar noch einfacher haben, aber jetzt schauen wir doch mal die ganzen Shop-Systeme an. Das ist ja ein unfassbar tiefer Eingriff in die Shop-Systeme. Ich weiß nicht, ob das eine so kluge Lösung ist. Man kann sich jetzt auch auf die andere Position stellen. Einverstanden in dem Moment, wo ich einen standardisierten Knopf habe und dahinter steckendes standardisiertes Verfahren, hilft mir das als Händler, den Widerruf im Prinzip effizienter über Prozesse abzubilden. In der Meinung kann man sein, habe aber so meine Zweifel, ob das Sinn macht. Ich glaube, die Eingriffe jetzt in den Geschäftsbetrieb bei euch, die werden, also das wird nicht schön sein. Ja, Inflation im Euro-Raum ist von 8,6 auf 8,5% gesunken. So jedenfalls die Schätzung von Eurostat. Eine Reduktion der Inflationsrate, beziehungsweise sind das gleichbleibende Inflationsratenschätzung, haben wir ja auch schon von der Status gehört. Also die Teuerungsrate hält sich im Griff. Sie war im vergangenen Jahr für den Januar, Februar, März noch sehr hoch angesehen, also im zweistelligen Bereich. Von daher ist das eigentlich ein Ding, was uns erfreuen kann. Finn Kliemann, wir wissen, dass er ja medial sehr stark angegriffen worden ist durch Herrn Böhmermann, das zu Recht, ist zu einer Zahlung in Höhe von 20.000 Euro verurteilt worden, für den Maskenskandal des Verfahrens eingestellt und damit ist die Sache erledigt. Die Frage ist, wie viel hat er tatsächlich verdient und hat sich das unterm Strich, das Maskengeschäft, gerechnet? Fein ist es auf jeden Fall nicht, was er gemacht hat. Es bleibt wirklich auch noch zu, abzuwarten, was noch für weitere Folgen auf ihn zukommt. Denn hier gab es ja auch zumindest die versteckten Hinweise, dass halt auch Geschäftsführer gegen ihn vorgehen. Google-Fondsabmahnungen sind auf eine sehr kriminelle Art und Weise passiert, dass zumindest von dem österreichischen Anwalt, der diese betrieben hat, das könnt ihr auf Google Watch Blog nachlesen, sehr spannend im unteren Passus, es erzählt, wie denn dann tatsächlich die Seiten geschrieben worden sind und wie die Adressen an den Anwalt verkauft worden sind. Das ist nach deutschen Rechtsmaßstäben höchst rechts missbräuchlich. Ich bin gespannt, ob hier auch noch wirklich Strafen auf einen zukommen werden. Ja, und letzte News hierüber hat die Internet-World geschrieben. Und zwar bezieht sie sich auf ein Studio eines IT-Dienstleisters, welcher Online-Shops untersucht hat und der Meinung ist, dass diese im Wesentlichen unsicher sind und nicht hinreichend gegen Attacken geschützt sind. Ja, nahezu jeder Shop, jeder mittlere, kleinere Shop liegt vollends ungeschützt im Netz, wenn wir das Thema DDoS-Attacken betrachten. Dabei ist es auf der einen Seite sehr einfach, auf der anderen Seite dann doch recht kompliziert, sich zu schützen. Die ganz große Herausforderung beim Schutz ist mit den entsprechenden Tools, Cloudflare ist der führenden Anbieter, tatsächlich die Session-IDs zu handeln. Wir haben eine Situation, dass wenn ein Kunde sich im Online-Shop bewegt, in der Regel eine Session-ID für die einendeutige Identifikation zugewiesen bekommt, bis er dann dann mit seinem Waren im Warenkorb im Checkout landet. Wenn diese nicht sauber gehandelt werden können, dann ist im Prinzip der Shop-Versicher gegen DDoS-Attacken geschützt, aber keiner kann auch kaufen. Das ist natürlich nicht gut. Es gibt Lösungen, die auch mit Cloudflare umsetzbar sind. Händler schaffen das in der Regel weniger. Alleine dazu braucht man halt eine Agentur. Ja, würde ich es jedem empfehlen? Ja, ich würde es jedem empfehlen. Schnell ist mal ein Wettbewerber soweit und schießt euch mal den einen oder anderen Tag ab. Und gerade dann, wenn wir von Peak-Zeiten reden, also Peak-Tagen, die ihr eure Woche habt, dann kann euch das schon eine ganze Menge an Umsatz kosten. Wir haben ja auch gelernt, wie leicht tatsächlich unsere Infrastruktur angreifbar ist. Vor ein paar Jahren hatte sich ja ein Hacker, der sich an Antwortfilter gewendet hat, über Twitter hatte sich ja damit auseinandergesetzt, zum Beispiel eBay lahmzulegen, indem er nur den Server angegriffen hat, der für das Paketdrucken zuständig war. Das hat ganz, ganz viele Privatleute und kleinere Händler in Schwierigkeiten gebracht. Er hat unterputt abgeschossen, DPD abgeschossen. Das waren schon sehr, sehr harte Angriffe. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass immer mehr von unseren Services in der Cloud ausgelagert ist, dann sind wir auch tatsächlich immer mehr davon betroffen, wenn wir nur die einfachste Form und die DDoS-Attacke sind. Insbesondere, weil die extremst günstig zu kaufen ist. Die könnt ihr sogar nicht mehr ins Darknet gehen. Ihr habt da einfach einen bei DDoS-Attack und ihr findet Angebote. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich selber klemme mit Wortfilter hinter Cloudflare mit einem recht großen Vertrag. Also sollte ich angegriffen werden, sollte das auch jetzt mittlerweile hoffentlich vernünftig sein. Ich sollte keine Schwierigkeiten haben. Das empfehle ich euch auch, dass ihr zumindest euch da einmal Gedanken darüber macht, wie ihr hier ein Sicherheitskonzept aufbaut. Ja, die Studie sagt noch viele andere Sachen, wo es Herausforderungen gibt, zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung für eure Nutzerkonten, also für eure Kundenkonten. Ob das so sinnvoll ist? Fragezeichen. Das ist schon dann eher so, dass man sehr inconvenient das Einkaufserlebnis dann darstellt. Ja, das war es mit den Morning News. Zehn Minuten, kurz und knapp. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Genießt das schöne Wetter, genießt den Sonnenschein, auch wenn es so ein bisschen kalt ist. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, am Montag. Bis dann. Tschüss.